Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und Bein von Herzen, als ihr Liebesund dahin, durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todeschaue, jetzt das Schwert des Leidens ging. Von Perle zu Perle Pilgern auf dem Fränkischen Marienweg Von Maria Schnee unter Ebersbach zum Kloster Kreuzberg, den heiligen Berg der Franken Die nun vor dem Pilger liegende Strecke ist nicht die längste Strecke des Fränkischen Marienweges, aber eine der schweißtreibendsten, denn es geht ständig bergauf mit einer höheren Differenz von ca. 700 m. Die Strecke führt zum großen Teil durch den Wald mit gelegentlichen Ausblicken auf die Rhönberge. Auf dem Gipfel des Berges, 928 m über dem Meeresspiegel angelangt, wird der Pilger mit einem fantastischen Rundumblick belohnt. Etwas unterhalb des Gipfels liegt am Westabhang das Franziskaner Kloster der Kreuzberg. Das Kloster ist das nördlichste und höchstgelegene Kloster des Bistums Würzburg. Seit der Missionierung der Franken durch den Iroschotten St. Kilian und seine Gefährten Kolonat und Totnan im Jahre 686 und seiner Tradition als Wallfahrtsort gilt der Kreuzberg als heiliger Berg der Franken. Er ist bis heute ein Gnadenort mit großer Anziehungskraft und eine der bedeutendsten Wallfahrtsstätten der Würzburger Diözese. Derzeit pilgern jährlich rund 70 Fußwallfahrten zu den drei Kreuzen. Doch der Kreuzberg ist nicht ausschließlich ein Pilgerziel, sondern auch eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region. Feinschmecker lockt vor allem die klostereigene Brauerei mit ihrem beliebten dunklen Kreuzbergbier. Schon in vorchristlicher Zeit soll hier eine heidnische Kultstätte existiert haben. Bis im Jahr 686 die drei Frankenapostel Kilian Kolonat und Totnan der Legende nach auf dem Gipfel des Aschebergs, wie die Erhebung bis ins 17. Jahrhundert hieß, ein erstes Kreuz errichteten. 1589 ließ Fürstbischof Julius Echter eine kleine Wallfahrtskapelle sowie eine erste Kreuzigungsgruppe errichten. Dieser Kreuzgruppe verdankte Berg seinen heutigen Namen Kreuzberg. 1627 wurden dann die Franziskaner aus dem Kloster Dettelbach mit der Wallfahrtsseelsorge beauftragt. In der Folgezeit nahmen die Pilgerströme rasch und stetig zu. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war die Kapelle dem großen Zulauf schließlich nicht mehr gewachsen, so dass Fürstbischof Peter Philipp von Dernbach ab 1681 die Kirche vergrößerte und ein Kloster errichtete. Feierlich geweiht wurden Kirche und Kloster am 6. Juli 1692. 1710 entstand dann der Kapellenkreuzweg als einer der ersten in ganz Deutschland. Der Stationsweg mit seinen Kapellen führt bis heute von der Kirche aus bis hinauf zu den drei Kreuzen am Gipfel als zwölfte Station. In ihren Entfernungen entsprechen die Stationen übrigens exakt denen des Jerusalemer Kreuzweges. Ihre größte Blüte erlebte die Kreuzberg-Wallfahrt gegen Ende des 18. Jahrhunderts bis sie 1803 mit der Säkularisation ein jähes Ende fand. Doch bereits 1815 hob König Ludwig I. von Bayern das Wallfahrtsverbot wieder auf und sorgte für eine Wiederbelebung. Die Klosterkirche ist eine typische franziskanische Anlage in der Tradition der Bettelordenskirchen ohne Turm nur mit Dachreiter. Über dem Barockportal mit gesprengten Giebel ist das dreiteilige Allianzwappen der Würzburger Fürstbischöfe Johann Gottfried von Guttenberg, Peter Philipp von Dernbach und Konrad Wilhelm von Wernau, der Bauherren der Kirche, angebracht. Rechts neben der Kirche ein geräumiger Platz mit einem Freialtar neueren Datums, der von einem monumentalen barocken Kreuz skizziert wird. Links des Platzes, in den Berg hineingebaut, eine kleine Kapelle, in der der Besucher Ruhe und Stille findet. Die große Anzahl der Opferlichter bezeugt die hohe Akzeptanz dieser Kapelle. Der Weg zu der Golgotha Gruppe, der Darstellung der Kreuzigung Jesu als 12. Station des Kreuzweges, führt entweder über eine steinerne Treppenanlage oder über den Kapellenkreuzweg mit 14 Stationen. Er wurde 1710 errichtet und ist einer der ältesten seiner Art in Deutschland. Die Sandsteinfiguren stammen aus dem 18. Jahrhundert. 1870, als sie stark verwittert waren, wurden sie vorübergehend durch gusseiserne Platten ersetzt. 1947 wurden die ursprünglichen Sandsteinreliefs restauriert und wieder eingesetzt. Die Gussreliefs sind heute an der Stützmauer der Kirche angebracht. Die Einrichtung der Wallfahrtskirche, die ihr Patrozinium am Fest Kreuzerhöhung am 14. September feiert, stammt zum großen Teil aus dem 17. Jahrhundert und steht ganz im Zeichen des Kreuzes. Herzstück der Kreuzverehrung ist ein Kreuzpartikel, das 1654 als Geschenk des Bischofsheimer Oberamtsmann Passmann auf den Berg gelangte. Im Zentrum des zweisäuligen Hochaltars von 1692 steht ein barockes Kruzifix, das von einem goldenen Strahlenkranz umgeben ist. Zu beiden Seiten trauernd die Gottesmutter und Johannes der Jünger, den Jesus liebte. Am Fuß des Kreuzes ein Totenschädel mit Knochen, das Symbol des alten Adam. Christus, der neue Adam, hat durch den Tod am Kreuz und seine Auferstehung den alten Adam überwunden. Darunter ein reich verzierter, zweigeschossiger Tavernakel mit Kruzifix in der Expositionsnische. Die Türen der Zipporiumsnische sind geschmückt mit dem Allerheiligsten und zwei anbetenden Engeln. Im Aufsatz darüber in einem Medaillon Gott Vater sowie der Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Über den Altardurchgängen stehen große Engel mit den Leidenswerkzeugen. Über ihnen Voluten, die ein Jesus bzw. ein Marienmonogramm tragen. An der linken Chorwand befindet sich ein Sandsteinaltar aus der echten Kapelle von 1598 mit einem beeindruckenden Kreuzigungsrelief. Ein berittener römischer Soldat sticht mit seiner Lanze Jesus in die Seite, um seinen Tod festzustellen. Maria steht unter dem Kreuz, ein Schwert durchbohrt ihr Herz. Zu beiden Seiten stehen Engel mit den Leidenswerkzeugen. Über dem Kreuz Sonne und Mond als allegorische Figuren für den Kreuzestod Jesus Christus. Unterhalb des Aufsatzes die Inschrift, an das Kreuz geschlagen und gemartert. Im Aufsatz ein Veronikabild. Über dem Eingang zur Sakristei ein Relief mit der Inschrift »Heiliger Kilian, Apostel der Franken, bitte für uns«. Die beiden Seitenaltäre gleichen sich im Aufbau. Das Hauptgemälde des linken Seitenaltars zeigt die Beweinung Christi. Maria blickt voller Schmerz Fragen zum Himmel. Ihr zur Seite stehen Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, und Josef von Arimathea. Unten links im Bild kniet die trauernde, von Schmerz überwältigte Maria Magdalena. Im Aufsatz das Bildnis des gegeißelten Heilands flankiert von zwei trauernden kleinen Engeln. Als krönender Abschluss ein Marienmonogramm im Strahlenkranz. Am rechten Seitenaltar steht die großes Vision des heiligen Franziskus im Mittelpunkt. Den Ordensgründer flankieren verschiedene franziskanische Heilige. Die Gründerin des Klarissenordens mit der Monstranz. Der Kirchenvater und Ordensgeneral Bonaventura mit Buch und Schreibfeder. Sowie die Drittordenspatrone Elisabeth von Thüringen links unten und König Ludwig der Heilige rechts. Im Kreuz, rechts drei Nägel als Symbol für die Wunden Christi. Das Ganze wird eingerahmt von zwei auf Voluten sitzenden, frohlockenden Engeln. Darüber in einer Wolkengloriole mit Strahlenkranz nochmals das Emblem des Franziskanerordens. Die zwei Arme, der eine im Ordenshabit steht für Franziskus, der andere nackt steht für Christus. In der nördlichen Seitenkapelle zieht ein aufwändiger Antonius Altar die Blicke auf sich. Beachtenswert die auf Holztäfelchen gemalten legendären Wundertaten des beliebten Volksheiligen. Angefangen von der Rettung Schiffbrücher bis hin zur Befreiung Gefangener. Darüber zwei Tafeln mit der Aufschrift, wer Wunder sucht und zeichen will, bei St. Antonius findet er viel. Im Aufsatz ein Gemälde mit der Gottesmutter, die dem Heiligen Antonius das Bildnis des gekreuzigten Heilands zeigt, das gehalten wird von kleinen Engeln. Zu beiden Seiten große, lobpreisende Engel und darüber ein kleiner Engel mit einer Trompete. An der linken Seite die Plastik der Heiligen Elisabeth von Thüringen, die auch auf dem Altarblatt des rechten Seitenaltars zu sehen ist. Der Korpus der prächtlichen Kanzel ist durch geschwungene Voluten in sieben Felder aufgeteilt. In den Feldern stehen plastische Figuren, die bedeutende Heilige des Franziskanerortens darstellen. Unter dem Schalldeckel zwei große, lobpreisende Engelsgestalten, dazwischen der Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Auf dem Schalldeckel steht, segnend, Christus als Salvador Mundi. An den Langhauswänden Bilder eines Kreuzweges Auch die Deckengemälde thematisieren das Kreuzesmotiv. Sie zeigen die Auffindung des Wahrenkreuzes durch Kaiserin Helena im hinteren Teil des Langhauses, die Rückführung und Kreuzeserhöhung durch Kaiser Heraklius im vorderen Teil des Langhauses, sowie die Stigmatisierung des Heiligen Franziskus im Chor. Trotz der allgegenwärtigen Bildsprache des Kreuzes wird die Gottesmutter nicht ausgeblendet. Davon Zeugnis gibt der bereits vorgestellte rechte Seitenaltar mit der Beweinung Christi. Direkt daneben an der linken Langhauswand eine Kopie des Gnadenbildes von Lukas Kranach und gegenüber auf der rechten Seite lädt eine stille Pietà zum Gebet ein. Die Orgel der Klosterkirche ist neueren Datums, sie wurde 2005 von der Orgelbaufirma High in Urspringen errichtet. Die Brüstung der Empore wird geziert mit den Porträts der 12 Apostel. Im hinteren Teil der Kirche befinden sich die Figuren des Heiligen Sebastian und des Heiligen Franziskus. Abschließend lässt sich sagen, dass der Kreuzberg mit seiner Klosteranlage und den drei monumentalen Kreuzen auch heute noch ein beliebtes Ausflugs- und Wallfahrtsziel ist.